Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Curvil Space Program. In der letzten Folge haben wir diese Esarus hier gebaut, da wir uns jetzt in 1.10 befinden mit dem Esa-Pack ein bisschen rumgespielt und wir deliveren jetzt einen Teil für unsere Raumstation, damit wir Hitze entfernen können, Radiation und sowas wegbringen können. Und ich bin mal gespannt, ob wir das Ganze gut hinkriegen oder nicht. Also würde ich sagen, 3, 2, 1, Liftoff. Holy Sh... Warte, zurücksetzen. Auf Start. Ich habe vergessen, dass die Coupler auf der zweiten Stage sind. Hups. Das Ding ist wieder laut. Leck, oh mio. Ist echt laut. Bin gespannt, weil wenn die 380... Wenn die 380 so gut funktionieren, wie ich mir das vorstelle, können wir nächste Woche schon Curvil Space Program streamen. Also diese Woche. Sars an. 3, 2, 1. Let's go. Jetzt hat es irgendwie mehr so realistischen Look, weil die Esa hat ja auch 4 teilweise. Ich glaube, die haben sogar auf einer Seite 3. Ich glaube, auf der einen Seite 3 und auf der anderen Seite 2 teilweise. Er scheint gut zu funktionieren. Unsere Rakete gibt ordentlich Gas. Wir sind schon auf 3000 Meter. Hälfte weg bedeutet, wir werden hochkommen mit dem ganzen Booster-Zeugs. Dadurch, dass wir mehr an Geschwindigkeit zunehmen als irgendwas anderes. Ich hoffe, der hält das jetzt. Spannendste wird dann, ist die Kappeln von den Boostern. Booster sind... Alle. Booster sind decoupled. Jawohl. Und wir sind safe. Wir gehen in einen 45-Grad-Winkel. Stopp, 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 stopp. Bitte, bitte, bitte. Ich will nicht nochmal neu starten. Stopp. Alter, what the fuck? Ich hätte gerne mal Manöver-Nodes. Stopp. Stopp, ja. Ist halt ein bisschen umständlicher als wieder. So, okay, wir gehen auf die 50.000 Kilometer zu. Da unten fliegen unsere Sachen irgendwo wahrscheinlich rum. Und, ah, schön, das Ganze. Ich mag unsere Rakete. Sie funktioniert super. So. Jetzt kommen wir dann auf einen 70 Kilometer Orbit zu. Wir machen uns flacher. Und einmal ausschalten. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ah, das ist gerade... Das ist angenehm für meine Ohren. Ich habe gerade komplette Ruhe. Und das ganze Teil fliegt gerade Richtung Weltall. Ich finde das mit diesen Platings relativ cool ausschaut. Ich finde dieser Design echt cool. Also es schaut schick aus. Muss man lassen. Es schaut aus wie so ein Haus eigentlich. Wie so ein Turm. Aber ja. Wir sind jetzt auf 40... Ich will bei 70.000 Kilometer den nächsten Schubburn geben. Um sozusagen den Periapsis um einiges zu heben. Dass ich nicht so viel mit der zweiten Stage damit machen muss. Weil die soll ja nur sozusagen das Zwischenpunkt liefern. Bis die obere Stage dann einschalten kann. Vielleicht kann ich doch nichts mehr so machen, dass die Upper Stage oder die Delivery Stage, die das dann andocken soll, mehr so um das Teil rum gebaut wird. Vielleicht geht das auch. Und wir sagen 3, 2, 1, Boost! Alter, das ist jedes Mal so laut. Hört ihr mich? Hallo? Alter, das Ding ist laut. Leck mich am Arsch. Und Stage ist leer. Die Kampeln in 3, 2, 1. Schub auf 0. Das kann sich jetzt nicht auch besser auf Track halten. Langsam auseinander, genau. Schauen wir mal auf die Karte. Wie weit sind wir aktuell im Periapsis? Okay, wir sind über dem Bekloppt 001. Das stimmt, das ist unsere drehende Base. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem nächsten Schub. Tschüss, Upper Under Stage. Wiedersehen. Wir tun uns ein bisschen mehr nach unten richten. Ähm, ja, sagen wir mal, mehr auf den Periapsis zu gehen. So, wollen wir jetzt sinken. Jetzt sinkt der Periapsis wieder. Das wollen wir ein bisschen verhindern doch noch. Aber der Periapsis, also der Abbauapsis ist gesunken. Der Periapsis steigt auch jetzt mittlerweile. So, wir gehen wieder nach unten. Und zack. Perfekt. So wollen wir das. Jetzt würde ich sagen, tun wir mal hier oben schön das Ding entfalten. Klach. Und schalten hier die Antennen an. Antenne ausfahren. Sonst verlieren wir noch Kontakt. Das wäre ein bisschen blöd. So. Das hier soll am Ende nur noch docken. Das hier soll angedockt werden. Durchgang, damit sie auch wirklich, beispielsweise wenn wir mit Raketen kommen, wieder andocken können und rüber marschieren. Ähm. Ist für mich ganz, ganz wichtig, dass das funktioniert. Und natürlich soll hiermit dann die Hitze entfernt werden. Ich hoffe damit, dass wir die Radiation an der ganzen Station auch ein bisschen reduzieren können. Weil ich muss herausfinden, wie wir später, also wo wir uns wahrscheinlich alle einig sein können. Wir müssen herausfinden, wie wir Kerbals nach Duna kriegen. Wo wir natürlich viel Radiation ausgesetzt sind am Ende. Bedeutet, wir müssen irgendwie die Radiation shielden. Ich weiß nicht, wie in Körperlisten das geht. Also in Körperlism halt, ne. Ähm. Weil. Normal KSP muss ich mir da drum keine Sorgen machen. Da funktioniert das von alleine. Aber wir werden das schon herausfinden. So, warte mal. Wie war das jetzt? Ich muss einmal. Zack. Und. Zack, ne. Das war irgendwie so. Nun per Abstift 11.000. Das passt eigentlich schon ganz gut. Ich mach jetzt mal ein Savepoint, ne. Spiel wird gespeichert. Und, äh. Vor. Mann. Way. Ich nehm jetzt vor Mann. Speichern. Ich hab keinen Plan, wie es gerade denn sagt. Ähm. Wir tun uns jetzt ausrichten. Und machen uns dann direkt mal auf den Weg. Richtung. Wo sind wir? Wir sind hier. Uh. Müssen wir noch ein bisschen. Einen kleinen Flüge einlegen, du, ne. 800. 6. 4. Hallo. Ähm. 864 Meter pro Sekunde brauchen wir, um diesen Band zu machen. Ist nicht effizient. Wir haben die, ähm. Die Monster Station eindeutig an der falschen Position platziert. War vielleicht von mir ein bisschen dumm. Ähm. Aber. Ist ja auch nicht schlimm jetzt. Jetzt ist es zu spät. Um zu meckern. Hier hervorspulen. Wir haben einen Rover immerhin schon da oben. Und wir haben eine Station. Das ist schon was für ein bisschen. Ich hab natürlich auch die kompletten Punktübersprung, wo man sagt, okay. Man macht erstmal eine Station, äh, auf, um Körben rum. Hab ich, äh, total, äh, vergessen, übersehen. Hoppala. Aber ich fand's halt irgendwie schlauer, direkt über Körben was zu machen, äh, über Mann was zu machen. Weil ich in Zukunft dort halt viel machen will. Und warum soll ich mir die Mühe machen, um Körben was aufzubauen, wenn ich später vielleicht gar nicht nutze. Und ansonsten können wir das ja rein theoretisch sogar später dann vom Mann aus starten, wo wir keine Gravitation haben und somit weniger brauchen. Los geht's, Schub voll. Schub ist auf voller Leistung. Jawohl, so wollen wir das. Schick. Und die Stage hat auch viel Kraft, bedeutet, wir kommen relativ flott voran. Wir müssen nicht einen ewig langen Burn machen, sondern wir haben einen kurzen, starken Burn eher. Wir müssen nicht so lange warten auf alles. Das würde ich eher, wenn ich um Effizienz gehe, dann musst du halt warten. Wenn es nicht um Effizienz gerade geht, kannst du Gas geben. So, warte mal. Ein bisschen slower jetzt. So, passt perfekt. Und wir sind auf dem Weg Richtung Duna. Eigentlich wäre das kein blöder Zeitpunkt, um die Station, äh, um die, um den Ding abzudocken, weil wir sehen schon, also das machen wir danach, glaube ich eher, weil wenn wir dann hier sind, der dockt ab und fliegt wieder zurück in den Körben rein. Wir haben keinen Müll im Weltraum. Und ich glaube, wenn wir es aktivieren, sieht man, wir haben dezent viel Müll. Also, es ist echt viel Müll außenrum noch, der durchs Starten, Landen, weiß der Kuckuck, was alles hier mal gelandet ist vor langer Zeit. Ich weiß gar nicht, warum der so ist. Ach, das war wahrscheinlich eine alte First Minimus Ländertrümmer. Ach, das war wahrscheinlich Zurückflug. Ah, okay. Aber man sieht, wir haben 43 Trümmerteile allein hier rumfliegen. Vielleicht nicht teilweise so gut. Darunter sind natürlich auch alte Raketen von uns. Hier vorspulen. Wie schaut es mit der Energie bei unserer Rakete aus? 96 Prozent, sechs Tage haltend. Natürlich noch weiter vorspulen. Wir machen diese Mission in der heutigen Folge gleich sogar durch. Wir sind relativ gut dabei. Und wir haben wieder über unsere Station, wie es ausschaut, ne, über den Satelliten haben wir es hier, über den Rex Clampa V1, ne, wir haben es über die Station. Verbindung steht über die Station, auch cool. Das finde ich cool, dass er jetzt wirklich sagt, okay, wir haben zwar direkte Verbindung so, aber es ist besser für mich so, also mache ich es so. Geil. Echt cool. Finde ich mega cool. So, und jetzt hoffen wir mal, dass ich mich in die richtige Richtung entschnappe. Ansonsten zurück. Hier hervorspulen. Bitte, 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 bitte. Ich fliege in die Richtung, ich fliege, ja, 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 ja. Gut, okay. Hier hervorspulen. Genau, warte mal, ich wollte, ja. Das sollte ich vielleicht machen, bevor ich Irgendwas anderes mache Mich Seitlich von meiner Flugbahn legen Hier auf X Und Jetzt Das ist alles in einer Stage schon, warte mal 3, 2, 1 Das war laut Sehr, sehr laut Aber wir haben das abgedockt Das sollte jetzt langsam dann sich auf den Weg Richtung, oh guck mal, da ist die Sonne Wieder zurück auf den Weg Richtung Du, äh, Körbin machen Ich wollte Duna sagen, warum auch immer Duna Ich bin so im Duna-Modus einfach Ich warte eigentlich auch nur drauf, dass wir wieder Richtung Duna können Mir fehlen halt jetzt so ein paar Längssachen wieder Das ist gerade so traurig eigentlich, aber ja So, okay, wir machen uns mal hier auf den Weg hin Hier vorspulen Und jetzt muss ich hoffen, dass wir jederzeit eine Grundverbindung Wohin haben Weil ansonsten sind wir gefickt Ähm, wir können mal das hier gleich als Ziel setzen Als Ziel setzen, so Ah, ich freue mich schon, wenn ich mein Teil gebaut habe Weil ich baue mir nämlich einen Joystick Oder ein System, mit dem ich Körbens Base programme Das ist ein bisschen laut Ich weiß nicht, ob ihr mich mehr hört Ich höre mich selber fast nicht mehr Ach, Alter, das ist laut Ich tue mal ganz kurz, ganz laut Alter, what? What the actual freak passiert hier gerade? Ich höre fast nichts mehr Hallo? Ich höre nix Alter, das ist so Laut Also erstens sind die Trümmer Die fliegen da vorbei Tschüss, auf Wiedersehen Und hier unten irgendwo fliegt die Stage noch So, dann machen wir mal Manöver hinzufügen Erstens müssen wir uns ausrichten Dass wir auf dieselbe Flugbahn kommen Nee, in die andere Richtung Und ich kann dieses Gleich wieder vergessen Weil Habe ich gerade verkackt Manöver hinzufügen Warum reden die mit einer Station? Ich will Ruhe Handy Oh, was passiert denn hier gerade? Hä? Was passiert hier? Warum kann nicht gelöscht werden? Steuerungsschwert Warum habe ich keine Verbindung? Kein Signal Hier steht aber, ich hätte Signal Eingeschränkte Sonnenscherung Noch erreichbar Hä? Hä? Ah ne, weil Oh Ich bin Ich muss jetzt gerade auf irgendeinen Satelliten warten Scheiße Ich wundere mich schon Warum hier Hä? Das darf ich jetzt auch mal nicht machen, ne? Dann muss ich das auf der Seite machen Scheiße Ah, da habe ich keine Sonne Ich spume mir ein bisschen vor Vielleicht kriegen wir irgendwo eine Verbindung hier Da, Verbindung Ich weiß zwar nicht, auf welchen Expanser Ventura Sonde Jetzt muss ich Gas geben Weil ansonsten Manöver hinzufügen Ich will ja nur mal ausrichten Circa, dass das passt So, genau Ähm Nur ein bisschen Schub geben Schnell Nur ein bisschen Schub Ganz vorsichtig Ganz vorsichtig Weil wir müssen ja mit dem oberen Orbit dann eh nach unten Bedeutet, wir haben da eh ein bisschen Schub Zeit noch Aber wir müssen erstmal das ganze ein bisschen ausgleichen Einfach So 13 Sekunden Es wird schon wieder so verdammt laut So Perfekt Okay Ich würde sagen, dass der Damn gut passt eigentlich Jetzt passt er noch besser So Und jetzt hat Manöver hinzufügen Verkleinern des Orbits Ups, das war ein bisschen zu stark Wir haben den Vorteil, dass wir halt vorne sind Und oben Die Frage ist nämlich schon zu weit hinten Jetzt hat er wieder irgendeine Taste gedrückt Ah Mann Jetzt mal das mit den Tasten Manöver hinzufügen So So Wäre es halt supi, aber Da Crash ich da vorne in den Boden Leute, ich versuche jetzt einfach mal einen Intercept zu erstellen Und dann machen wir eine Runde dazu Und dann sehen wir, hier ist er Sehr nah dran Okay, warum ist er jetzt da zum Beispiel weg? Achso, weil er hier Schnittpunkt 5,5 Kilometer Alter, die Musik hat auch wieder heute Also heute muss ich gleich keine Musik einsetzen Weil hier ist ja so viel Musik heute Hör, was ist jetzt passiert? Vorsichtig runtersetzen Alter, das Spiel ist so laut Hä, warte mal Passiert teilweise so schnell, dass ich nicht weiß, was passiert So 3 Kilometer, das schaut gut aus Dann müssen wir genau dorthin Hier hervorsprungen Und wir haben Doch, ich wollte gerade sagen Wir haben schon wieder keine Verbindung Verdammt In einer Stunde Ist das schon eine Stunde Oder ist das hier hervorsprungen? Nee, das sind Sekunden Bedeutet, wir müssen uns noch mindestens einmal hier drinnen Hier hervorsprungen Minus Wir müssen halt aufpassen, dass auch nicht irgendeine blöde Nachricht aufkommt Und irgendwas kaputt geht Eine Minute Das passt besser Jetzt müssen wir uns ausrichten Was, nur eine Sekunde Schub? Wie soll ich denn das managen? So perfekt bin ich auch nicht Ich bin kein Roboter So Das ist Pretty darn gut Würde ich sagen So Okay Eine Sekunde Schub Die sind doch wahnsinnig Passt aber soweit Die Station ist da hinten Okay 30 Sekunden bis Schubpunkt Sind es doch 21 Minuten Aber ich habe gesagt Wir machen diese Folge fertig Und das docken mindestens an Vorsprungen Das spult wahrscheinlich nicht mehr schnell davor Ich habe mich jetzt auf so ein bisschen Bei 5 Sekunden sollten wir Schub starten Haben wir jetzt ein Intersector oder nicht? Haben wir Oh fuck, da geht es heute Nope Das war zu weit, mein Freund Einmal umdrehen Bremsen 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 Wir machen jetzt hier ganz viele kleine Schübe Einfach sonst Und richten die Rakete aus Also Jetzt vorsichtig 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 Perfekt Sind wir auf dem Weg hier hin Und jetzt können wir sonst hier noch Manöver hinzufügen Schauen, dass wir hier so Ich weiß gar nicht, was das Problem dabei ist So 05 Besser geht es ja kaum Das ist jetzt echt hier schon was wie so Wie dockt man in der Welt all Ich habe außerdem Zigaro mal angeschrieben Ich hoffe ich Zigaro Ich weiß nicht Ich hoffe ich spreche seinen Namen aus Ich bin zu doof für sowas Um eine Challenge zu machen Um eine Challenge zu machen Zum Mann zu fliegen Wer am schnellsten dorthin kommt Hat leider aktuell wenig Zeit Oder Halt nicht die Zeit dafür Dass wir sowas machen können Aber wir würden es gerne machen Bedeutet vielleicht in der Zukunft Gibt es mal eine Körper Space Program Challenge Gegen jemanden anderen Oder eine Herausforderung Könnte man ja auch quasi sagen Wer schneller und besser zum Mann kommt Wahrscheinlich würde es ja sowas sein Wie landen Also starten Bis zum Mann kommen Auf dem Mann landen Starten zurück Und Rakete aufnehmen Halt eine proper Challenge Bestimmt witzig Wenn man es im Multiplayer aufmacht Und den anderen sieht Und dann seinen Stress kriegt Und versucht noch besser zu perfektionieren Die ganze Rakete Ich glaube ich könnte Ich könnte relativ funny werden Warum ist die Rakete vor mir Sollte noch besser geworden sein Oder? Das schaut gut aus Oh, da sehen wir nix Das ist ja unfair Hier vorspulen Ich seh da nix Da sieht man nix Da kann ich nix machen Was war das jetzt? Irgendwas kaputt gegangen? Was ist das? Ne, warte mal Das ist der Mann Revival Das war nicht mein Plan Mann Station 1 600 Meter? Wird keiner gesagt Dass du so schnell vorbeikommst Warte Du wurdest mir später angekündigt Ich hab irgendwie zu viel Also ich hätte das auch anders Timen können Was ist denn jetzt? Hallo? Ah, guck mal Das wird jetzt alles enger Cool Also ich richte mich jetzt mal Ich richte mich mal Ach, guck mal da Da ist der eine Dann wird der andere Ja hier irgendwo Umdümpeln, oder? Ich würde das nicht gerne Alles in der Sonne machen Dann sehe ich nicht Was ich überhaupt mache Besser Machen SRS aus Dann steuere ich auch nix So Wenn wir hier 06 haben Dann tun wir hier Vorspulen Mann Station Entfernung Dann tun wir uns Gegen die Oh, warte mal SRS aktivieren Vielleicht mal Ich hab keine Steuerung mehr Grutze fix Das gibt's doch gar nicht Warum dürfen die jetzt nicht Auf dem Schiff Auf der Station Meine Rakete steuern Zum Beispiel Das ist nicht Gar nicht gut Ich verliere wieder meinen Abstand Also für Future Miss Oh Gott Das geht mir jetzt Tierisch auf den Sack Wieder Muss ich also Hier vorspulen Wahrscheinlich Bis ich eine Angenehme 1000 Meter Abstand Schon wieder Geil 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 Mega geil Was die Station Da vorne ist Wir richten uns mal Gegen die Oder mit der Station Aus Versuchen Auf sie zuzufliegen Mit Ein paar Kammer Wir drehen uns gleich mal Gegen Ja, das wird eine lange Folge heute Aber wir machen das Heute Together Lösen wir das Rätsel Um diese Station Ein bisschen fliegen Da kommt die Erde Zum Vorschein Ach, wie schön So, jetzt sind wir Mit 12 Metern pro Sekunde Fliegen wir hier Wobei Hallo Station Es schaut immer so Weird aus Es schaut aus Als ob Entweder der Planet So klein ist Oder die Station So riesig Jetzt machen wir hier Die Station Proud So Jetzt machen wir hier RCS an Perfekt Jetzt machen wir nochmal Das aus Das Problem ist ja Dass ich sozusagen Jetzt alles Hand steuern muss Muss ich wieder herausfinden In welche Richtung Diese scheiß Rakete Ist immer noch da Höch Hoch Mal gucken Mal runden Das ist Retro Stage Ich weiß noch nicht Warum die Geschwindigkeit Immer wieder zunimmt Eigentlich dürfte es Gar nicht sein So, warte mal Jetzt muss ich mich Konzentrieren Damit ja Kein Fehler Mehr unterläuft Konzentrieren Konzentrieren Und jetzt Die richtigen Tasten Aber erst Haltsche Richtung Prograde Natürlich Ich muss gleich sagen Wohin 2,5 Meter pro Sekunde Ist nicht ganz schön Schnell eigentlich Wenn du das so überlegst In der Sekunde 2,5 Oh, oh Oh, ein Mensch Nicht mehr Platz Ich glaube schon Machen wir mal 4 Meter pro Sekunde Ich hoffe das hilft echt Für die Station Weil es wäre super Wenn wir nicht So oft die Crew Austauschen müssen Ist jetzt zwar nicht schlimm Weißt schon Crew hin oder her Aber es nervt Wenn du auf das Flugfenster Zu Duna wartest Aber ja Wir werden auch mal Vielleicht bald mal wieder Ein Landing durchführen Und zwar an den Polen Was eine ganz interessante Flugbahn ergeben wird Und auch mal eine ganz Neue Flugbahn Eher gesagt So Noch 290 Meter Ich höre trotzdem nochmal Bei 100 werde ich Bremsen anfangen Circa Sollte gut funktionieren Denke ich Und vor allem Es ist jetzt so schön ruhig Wie man sieht Es funktioniert eigentlich Sehr sehr gut Wenn man das so beachtet Ganz vorsichtig Ganz vorsichtig Ganz, ganz vorsichtig Komm, wir sind ganz nah 150 Meter Passt das noch ein bisschen an So, dass das besser An das Gerät passt Das ist unsere längst fliegende Station Oder unsere einzige fliegende Station Wenn man das so sieht Wenn man so sieht Bremsen 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 Brems Brems er ist immer noch ein bisschen dran wir sind immer noch sehr weit echt sehr sehr weit soweit jetzt auch nicht aber ihr wisst was ich meine wir noch ein bisschen was vor uns bevor wir hockt andere zu sagen 15 Wurte sollte glaube ich den ganzen Prozess ein bisschen verschnell an ich bin zwar ein geduldiger Mensch aber sowas irgendwie dann doch immer wieder nicht was es nicht unbedingt praktisch macht so okay und jetzt müssen wir es ausschalten und ihnen hier sagen als Ziel setzen von hier steuern und das aktivieren so und jetzt müssen wir nämlich erst mal kapieren ausrichten die ganze rakete so ausrichten das ist wird suchen oder was auch nicht so viel drehen hier gotts noch vorsichtig ausrichten ganz vorsichtig okay jetzt können wir jetzt können wir RCS auch wieder anmachen jetzt beginnen wir mit dem Schub nach hinten und immerhin und immerhin fehlt uns ja hier noch ein bisschen was wir bleiben hier mal auf Kurs jetzt bringen wir erstmal das ganze in Leimen ne 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 Ja, bin ich doof? Ja, sowas von. Jetzt sind wir langsam alleine. Ich versuche mal so auf die Hälfte circa zu kommen. Aber das Wang-Tag ist auch stark. Ist nicht unbedingt auch leicht, macht gerade. Ist alles perfekt aufzusetzen. Aber wir geben unser Bestes, damit das funktioniert. Und angedockt. Jawohl! Wir sind da. Und somit tun wir jetzt hier die Kühlmodule hochfahren. Zack und zack. Kühlung bei 10%. Nominell, nominell, nominell. Die fahren auch alle aus. 10% Kühlung. Aber die Radiation hat es nicht irgendwie wirklich gesenkt, habe ich das Gefühl. Komisch, 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 komisch. Na gut, Leute. Aber das waren jetzt auch wieder 38 Minuten Video. Vielleicht cutte ich sie doch. Ähm, ja, ich werde es cutten, weil es einfach doch zu lange gedauert hat. Unsere Station erweitert sich. Es wird immer eine längere kleine Stange. Und... Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Was ist das denn jetzt? V1-Trümmer. Oh, schau. Na gut. Also, bis dann. Ciao.